A 3.2. Herr Lute überquert mit einem 4 Meter hohen LKW den Bahnübergang. Er fährt einen halben Meter am Schrankenfuß im F der geöffneten Schranke vorbei. Überprüfen Sie rechnerisch, ob dabei die Schranke beschädigt wird und begründen Sie Ihre Antwort. Die Schwierigkeit dieser Aufgabe liegt jetzt darin zu erkennen, was soll man eigentlich berechnen. Im Prinzip ist alles gegeben. Ich weiß, der LKW ist 4 Meter hoch, er soll einen halben Meter an der Schranke vorbeifahren und die Schranke ist im Winkel von 78,42 Grad geöffnet. Was ist jetzt unbekannt? Das Problem darin liegt, stimmt dieses Bild überhaupt mit den Angaben überein? Und das muss man jetzt überprüfen. Eine weitere Schwierigkeit ergibt sich dadurch, dass es mehrere verschiedene Lösungsmöglichkeiten gibt. Um sich das mal genau anzuschauen, gucken wir jetzt erst einmal, was überhaupt gegeben ist. Das markiere ich jetzt mal in Farbe. Mit einem 4 Meter hohen LKW ist unsere erste Größenangabe. Der LKW ist hier eingezeichnet und die Höhe ist die da, 4 Meter groß. Weiter weiß ich, er fährt einen halben Meter am Schrankenfuß MF vorbei. Also, das da ist ebenfalls gegeben, einen halben Meter soll das sein. Und aus der Fergenaufgabe weiß ich ja, dieser Winkel hier ist mein Winkel Alpha. So, wenn ich das jetzt genau anschaue, sehe ich, da kriege ich jetzt schon so ein Dreieck. Ja, es ist rechtwinklig, weil der LKW ja rechtwinklig zum Boden fährt. Oder halt, ja, der LKW rechtwinklig zum Boden steht. Und hier habe ich ja auch schon einen rechten Winkel eingezeichnet. Das heißt, der Nebenwinkel ist automatisch auch ein rechter Winkel. So, ich habe ein Dreieck, ein rechtwinkliges Dreieck. Damit kann ich mit drei besonderen Sätzen rechnen, nämlich dem Sinus, dem Kosinus und dem Tangens. Über den Sinus und Kosinus weiß ich, ich brauche die Hypotenuse zum Rechnen, also die längste Seite. Das wäre die da, die ist mir allerdings unbekannt. Also kann ich den Sinus und Kosinus schon mal wegstreichen und überprüfe, ob es mit dem Tangens funktioniert. Der Tangens benötigt die Gegenkathete und die Ankathete und die kenne ich beide. Die Ankathete ist diese da, ist 0,5 Meter lang. Die Gegenkathete ist diese da, also, um es nochmal mit einer anderen Farbe zu markieren, von hier bis hier. Und diese Höhe kenne ich auch, nämlich, es ist der Lastwagen, also der komplette Lastwagen, minus den Schrankenfuß. Ja, also diese Höhe ist ja genau auf Höhe von dem Schrankenfuß und MF war vorher eine Angabe bei 3.0 gegeben mit 1,1 Metern. Also kenne ich diese Höhe auch, mit 4 minus 1,1 Meter und das sind dann 2,9 Meter. So, damit könnte ich jetzt mit dem Tangens herumrechnen. Es ist jetzt nur die Frage, welche dieser Größen würde ich eigentlich berechnen? Das sind 2,9, das sind 1,5 und der Alpha ist 78,42. Hier müssen wir uns einfach nur sagen, ich setze jetzt voraus, eine dieser Größen ist unbekannt. Und ich überprüfe rechnerisch, ob, wenn ich das jetzt ausrechne, ob da tatsächlich die gewünschte Größe rauskommt. Ich sage jetzt einfach mal, der Lastwagen ist 4 Meter groß und der Winkel Alpha ist 78,42. Ist dann dieses Teilstück tatsächlich 0,5 Meter oder hat es eine andere Größe? Also, der Tangens von Alpha ist gleich Gegenkathete durch Ankathete. Die Gegenkathete ist diese Strecke hier, also Gesamtgröße des Lastwagens von 4 Metern minus den Schrankenfuß, das war die Strecke MF, geteilt durch die Ankathete und die Ankathete, wie nennen wir die, nenne ich jetzt einfach mal die Distanz zum Schrankenfuß, können wir auch sagen. So, setze ich die bekannten Größen ein. Okay, Tangens von 78,42 Grad ist gleich 4 minus 1,1 Meter, geteilt durch unsere gesuchte Distanz zur Schranke. Um das jetzt auszurechnen, könnte ich einerseits natürlich den Solver benutzen des grafikfähigen Taschenrechners oder aber ich rechne es von Hand, indem ich einfach umforme. Ich habe hier die gesuchte Variable im Nenner, das heißt, ich muss das einfach nur über Kreuz rechnen, mit Multiplizieren auf die andere Seite und den Tangens 58,42 dann einfach in den Nenner setzen. Naja, also im Prinzip, bei einer Gleichung kann man die vertauschen. Wenn man sich eine Gleichung auskennt, sollte das kein weiteres Problem sein. Dann kommt raus, also die Distanz 4 minus 4 minus 1,1 geteilt durch den Tangens von 78,42 Grad. So, das kann ich jetzt ganz normalen Taschenrechnen eingeben, auf ist gleich drücken und dann erhalte ich einen Wert von 0,59 Metern. So, und was sagt jetzt mir dieser Wert? Wenn der Lastwagen 4 Meter groß ist, also diese Skizze hier stimmt, und der Winkel hier tatsächlich maximal 78,42 Grad sein darf, also wenn die Schranke maximal so weit aufgeht, dann muss der Lastwagen in dieser Entfernung an der Schranke vorbeifahren, ohne dass er sie berührt. Jetzt heißt es hier, er fährt in einem halben Meter vorbei, also die Distanz ist kürzer, dann kann man sich vorstellen, dass der Lastwagen hier oben die Schranke kaputt fährt. Gut, und das ist dann auch meine entsprechende Begründung. Begründung. Die Schranke wird beschädigt. Da der Lastwagen oder der LKW einen Mindestabstand von 0,59 Metern benötigt. So, und in diesem Fall ist die Aufgabe damit erledigt.